E-A-R-T entwickelte für die Prüfung von Elektromotoren und Induktivitäten die Prüfwechselrichter PWR100C und PWR100S. Diese können für alle gängigen Motorentypen wie Synchronmotoren, BLDC, bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, Drehstrom-, Asynchronmotoren, Reluktanzmotoren und Torquemotoren eingesetzt werden. Ebenso sind sie für die Prüfung von Induktivitäten wie Drosseln und Transformatoren in der Entwicklungsbegleitung als auch für die End-of-Line-Prüfung geeignet. Dazu gehören die Aufzeichnung von Kennlinienfeldern, die Durchführung von Dauer- und Erwärmungsversuchen sowie die Nachweisführung zu spezifizierten Größen. Mit der von E-A-R-T speziell entwickelten Software wird dem Kunden ein Handwerkszeug zur Verfügung gestellt, mit dem er in der Lage ist, eine Prüfung einfach und zeitsparend zu gestalten. Die für die Prüfung erforderlichen Parameter können im Prüfwechselrichter gespeichert werden und stehen dem Nutzer jede Zeit zur Verfügung. Somit ist der Wechsel der Prüfung auf verschiedene Motorentypen ohne größeren Zeitaufwand möglich. Über die grafische Bedieneroberfläche ist eine intuitive Einstellung aller Parameter möglich. Die von E-A-R-T entwickelte Hard- und Software ist optimal für das Zusammenspiel aufeinander abgestimmt und dadurch im Betrieb sehr zuverlässig. Alle gängigen Motorentypen können über die Schnittstellen des PWR 100 angeschlossen und konfiguriert werden. Grundlegende Schutzfunktionen sind standardmäßig implementiert. Für kundenspezifische Ansprüche entwickelt E-A-R-T auf Anfrage gerne Sonderlösungen. Durch den universellen Aufbau des PWR 100 wurde eine effiziente Lösung geschaffen, welche sowohl die Einzel- als auch die Serienprüfung von Motoren zulässt. Bei der zunehmenden Automatisierung in allen Industriezweigen ist der Einsatz von geprüften Motoren eine Voraussetzung für Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. E-A-R-T bietet einen hochwertigen Prüfwechselrichter für den weltweiten Einsatz. Made in Germany. Prüfwechselrichter für den Norden Vert newest.